Viele Ärzte sind sich einig, dass die Beine zuerst altern. Anni ist ein gutes Beispiel. Als sie jünger war, war sie voller Energie und Lebensfreude. Im mittleren Alter bemerkte sie, dass ihre Beine und vor allem ihre Füße nicht mehr die gleiche Kraft und Beweglichkeit hatten. Treppensteigen fällt ihr schwerer. Sie muss sich am Geländer festhalten und langsam hinaufsteigen. Ihre Tanzbewegungen, die einst fließend und natürlich waren, scheinen jetzt unmöglich. Sie beschloss, einen Arzt aufzusuchen, weil sie sich Sorgen machte. Der Arzt erklärte ihr, dass es wissenschaftlich erwiesen ist, dass die Beine der Körperteil sind, der zuerst altert. Mit der Zeit werden unsere Knochen, Muskeln und Gelenke schwächer. Dies gilt insbesondere für unsere Beine, die den Großteil unseres Gewichts tragen. Er betonte auch, dass das Altern zwar unvermeidlich ist, man es aber mit der richtigen Ernährung und Bewegung verlangsamen kann. Er empfahl Anni, drei Lebensmittel zu essen, die dazu beitragen würden, ihre Beine zu stärken und ihre Beweglichkeit zu erhöhen. Die Beine sind die Säulen unseres Körpers. Sie tragen einen erheblichen Teil unseres Gewichts und sind für 70% unserer Energie und Aktivitäten verantwortlich. Es ist interessant festzustellen, dass sich die meisten Knochen und Muskeln im Körper in den Beinen befinden. Die Beine sind der erste Teil des Körpers, der altert. Dies ist größtenteils auf unsere täglichen Gewohnheiten zurückzuführen. Langes Sitzen oder Stehen ohne Bewegung des Körpers kann zu Durchblutungsstörungen führen und Knochen und Muskeln schwächen. Viele Menschen verbringen heute viele Stunden bei der Arbeit, ohne sich zu bewegen, was ihre Beinmuskulatur schwächt. Die Beine werden schwächer und die Gelenke steifer. Das Tragen von High Heels über einen längeren Zeitraum kann zu Schäden an Muskeln und Gelenken führen. Dadurch wird der Verschleiß beschleunigt. Der beste Weg, ihre Beine zu schützen, ist die Wahl von niedriger geschnittenen, bequemeren Schuhen. Die Genetik wird immer wichtiger. Manche Menschen haben empfindlichere Muskeln und Knochen, wodurch sie anfälliger für Beinprobleme sind. In diesem Fall sollten sie besonders vorsichtig sein. Die Bedeutung der Ernährung kann nicht genug betont werden. Um stark zu bleiben, benötigen Muskeln und Knochen Nährstoffe wie Calcium, Vitamin D und Eiweiß. Die Beine können schwächer werden und anfälliger für Krankheiten wie Osteoporose, wenn diese Nährstoffe nicht regelmäßig aufgenommen werden. Auch Bewegung ist wichtig für ihre Beine. Bewegungsmangel kann zu alternden Beinen führen. Wenn sie sich über einen längeren Zeitraum nicht bewegen, werden ihre Muskeln schwächer und ihre Gelenke steifer. Der Körper benötigt regelmäßige Bewegung, um seine Flexibilität und Kraft zu erhalten. Bewegung fördert die Durchblutung und sorgt dafür, dass die Beine länger gesund bleiben, insbesondere im mittleren und höheren Alter. Diabetes und Arthritis sind ebenfalls chronische Krankheiten, die den Verschleiß der Beine beschleunigen. Diese Erkrankungen können zu Steifheit und Schmerzen führen, indem sie die Durchblutung beeinträchtigen und Entzündungen in den Gelenken verursachen. Es ist wichtig, diese Erkrankungen zu behandeln, um ihre negativen Auswirkungen auf den Körper zu verhindern. Der Verlust von Muskelmasse im Laufe der Zeit ist eines der Hauptmerkmale alternder Beine. Das Muskelgewebe schrumpft und die Fasern werden brüchiger. Dies erschwert die täglichen Aktivitäten. Die Beine können schwächer werden, wenn die Muskeln ihre Festigkeit verlieren. Dies ist ein Zeichen dafür, dass sie mehr Aufmerksamkeit benötigen. Schmerzen in den Gelenken oder Steifheit der Beine sind weitere Symptome. Das Gehen und Treppensteigen wird aufgrund der natürlichen Abnutzung des Knorpels und des Verlusts von Gelenkschutzflüssigkeit schmerzhafter. Die Steifheit in Hüfte und Knien kann auf Arthrose hinweisen. Diese Erkrankung beeinträchtigt die Lebensqualität, wenn sie nicht rechtzeitig behandelt wird. Wenn sie Steifheit und Schmerzen in ihren Gelenken verspüren, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass ihre Beine älter werden. Es ist wichtig, diese Symptome nicht zu ignorieren, sondern einen Arzt aufzusuchen, um die Ursache zu ermitteln und die entsprechende Behandlung einzuleiten. Schon kleine Änderungen ihrer täglichen Routine können einen großen Unterschied bei der Linderung dieser Beschwerden und der Erhaltung der Gesundheit ihrer Beine bewirken. Es ist wichtig, diese Anzeichen nicht nur als Zeichen des Alterns zu betrachten, sondern auch als Signal, dass es Zeit ist, Maßnahmen zu ergreifen. Krampfadern und geschwollene Beine sind ebenfalls häufige Probleme, die sich mit der Zeit entwickeln können. Mit zunehmendem Alter verschlechtert sich die Blutzirkulation in unseren Beinen. Dadurch weiten sich die Venen und es kommt zu Krampfadern. Geschwollene Beine sind nicht nur unansehnlich, sondern können auch Schmerzen, Juckreiz und ein schwere Gefühl in den Beinen in der Nacht verursachen. Ein weiteres unangenehmes Symptom sind Ödeme. Sie können dazu führen, dass sich ihre Beine schwer anfühlen und einfache Tätigkeiten wie Gehen oder langes Stehen erschweren. Zögern Sie nicht, sich behandeln zu lassen, wenn Sie diese Symptome bemerken, da sie zu schwerwiegenderen Erkrankungen wie Thrombosen führen können. Ein weiteres Anzeichen dafür, dass sich das Altern auf die Beine auswirkt, ist Osteoporose. Mit zunehmendem Alter nimmt die Knochendichte ab und die Knochen werden brüchiger. Dadurch steigt das Risiko von Knochenbrüchen, insbesondere in Bereichen, die das Körpergewicht tragen, wie Hüfte oder Knie. Selbst ein einfacher Sturz kann zu schweren Verletzungen führen. Es ist wichtig, regelmäßig die Knochendichte untersuchen zu lassen und sich gesund zu ernähren, indem man Lebensmittel zu sich nimmt, die Calcium und Vitamin D enthalten. Außerdem sollten Sie Übungen zur Stärkung der Muskulatur durchführen. Die Alterung Ihrer Beine kann sich auch auf Ihre Gangart und Ihr Gleichgewicht auswirken. Die Muskeln verlieren an Kraft und die Bänder werden weniger elastisch, was zu Instabilität und einem erhöhten Sturzrisiko führen kann. Der Verlust von Stabilität und Sicherheit kann einfache Tätigkeiten wie Gehen oder Treppensteigen zu einer Herausforderung machen. Es ist wichtig, in Übungen zu investieren, die nicht nur Ihr Gleichgewicht verbessern, sondern auch Ihre Beinmuskulatur stärken. Dazu gehören Dehnübungen, Walking und andere Aktivitäten, die die motorische Koordination fördern. Es ist wichtig, dass Ihre Beine mit der Zeit flexibel und stark bleiben, nicht nur für Ihr Wohlbefinden, sondern auch für Ihre Unabhängigkeit und Lebensqualität. Es ist möglich, die Auswirkungen des Alterns zu verlangsamen und sich mit Selbstvertrauen und Sicherheit zu bewegen, indem Sie auf Anzeichen achten und ein regelmäßiges Trainingsprogramm absolvieren. Sie werden jede Phase Ihres Lebens genießen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass Ihre Beine altern. Sehen wir uns nun die drei Lebensmittel an, die Sie essen können, um Ihre Beine im Alter gesund und kräftig zu halten. Erstes Lebensmittel Walnüsse Walnüsse enthalten hochwertige Proteine, gesunde Fette, Vitamine und Mineralien. Walnüsse sind reich an Proteinen, Ballaststoffen, Vitaminen, Mineralien und gesunden Fetten. Walnüsse enthalten Proteine, die dazu beitragen, die Muskeln elastisch und stark zu halten, den Stoffwechsel zu verbessern und mehr Energie zu liefern. Sie machen Ihre Beine gesünder und straffer. Walnüsse enthalten gesunde Fette, die gut für Ihr Herz sind. Sie verbessern die Durchblutung und verringern das Risiko von Arteriosklerose. Ihre Beine werden mit mehr Sauerstoff und Blut versorgt, was zu stärkeren Beinen führt. Walnüsse enthalten außerdem Antioxidantien wie Vitamin E und Selen, die Entzündungen und oxidativen Stress bekämpfen und ihre Muskeln und Gelenke schützen. Sie helfen auch, Schmerzen und Steifheit in den Beinen und Füßen zu reduzieren, indem sie die Flexibilität und Kraft erhöhen. Walnüsse enthalten Phytochemikalien wie Flavonoide und Polyphenole, die die Funktion des Nerven- und Immunsystems verbessern. Ein gesundes Nervensystem ist für die Koordination und Flexibilität der Beine unerlässlich. Ein starkes Immunsystem hilft, Krankheiten vorzubeugen und die allgemeine Gesundheit zu erhalten. Walnüsse sind eine gute Nahrungsquelle, aber sie sollten nicht mehr als 10 Gramm pro Tag verzehren. Essen Sie sie zum Frühstück oder als Snack, um eine Ernährung ohne zu viel Fett zu gewährleisten. Zweites Nahrungsmittel Tiefseefisch Lachs, Thunfisch und Sardinen sind reich an Omega-3-Fettsäuren und bieten eine Vielzahl von gesundheitlichen Vorteilen, darunter den Schutz des Herzens. Omega-3 reduziert Entzündungen, was für gesunde Gelenke und ein funktionierendes Bein wichtig ist. Diese Fische enthalten auch Eiweiß, das für die Aufrechterhaltung der Muskelkraft und Beweglichkeit wichtig ist. Das Hochseefischen verbessert die Durchblutung und hilft, Schwellungen und Schmerzen in den Beinen zu reduzieren. Dies ist besonders wichtig für Menschen im mittleren und höheren Alter. Kabeljau und Makrele haben einen hohen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren, insbesondere DHA und EPA. Diese helfen, den Blutdruck zu kontrollieren, den Blutfettspiegel zu senken und Arteriosklerose vorzubeugen. Diese Fische sind reich an hochwertigem Protein und Vitamin D. Vitamin D ist für die Calciumaufnahme unerlässlich, hält die Knochen stark und beugt Osteoporose vor. Um Bedenken hinsichtlich Quecksilber zu vermeiden, ist es am besten, mindestens einmal pro Woche Tiefseefisch zu essen. Wählen Sie Zubereitungsarten wie gedünstet oder gekocht, die den natürlichen Geschmack bewahren und nicht viel Öl erfordern. Kabeljau und Wolfsbarsch sind eine gute Wahl. Grünes Blattgemüse – drittwichtigste Nahrungsquelle Spinat und Grünkohl sind reich an Mineralien, Vitaminen und Ballaststoffen. Sie sind gut für ihre Knochen und verbessern die Durchblutung. Diese Gemüsesorten sind reich an Calcium, Magnesium und Vitamin K, die zur Stärkung der Knochen und zur Vorbeugung von Osteoporose beitragen. Vitamin K hilft, Calcium in den Knochen zu fixieren und das Risiko von Knochenbrüchen zu verringern. Um die Knochengesundheit älterer Menschen zu erhalten und Schwellungen und Schmerzen in den Beinen zu reduzieren, kann die Aufnahme von mehr grünem Blattgemüse in die Ernährung eine gute Möglichkeit sein. Diese Gemüsesorten verbessern auch die Durchblutung, die zu Problemen in den Beinen führen kann. Grüne Blätter enthalten Ballaststoffe und Vitamin C, die die Elastizität der Blutgefäße verbessern und das Thrombose-Risiko senken. Das ebenfalls enthaltene Kalium ist für die Aufrechterhaltung des Elektrolythaushalts im Körper und die Vorbeugung von Bluthochdruck und anderen Herzerkrankungen von entscheidender Bedeutung. Mit zunehmendem Alter wird unser Immunsystem schwächer, was zu Entzündungen führt.